Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Ich bin gerade auf einem Boot, auf einem Fluss im sogenannten Mekong-Delta, einem Bereich in Vietnam, einem Gebiet in Vietnam. Und ja, die Fahrt ist hier schön ruhig und die ganze Erfahrung ist sehr authentisch, finde ich. Ich bin sogar mit Hut und genieße die Fahrt. Sonst habe ich auch nicht mehr zu erzählen, aber schaut doch mal die Umgebung hier an. Das ist Vietnam. Danke fürs Zuschauen und bis später!